FATALITY SUPER FITBOY Ich wollte den Rest meiner Tage in Brasilien verbringen. Ich war an einem Punkt, an dem die Jahre des Konflikts vorbei zu sein schienen. Die Erinnerung an Jack verblasste, vernebelt durch den Alkohol. Mondbasis Gamma war das Reich des abscheulichen General Dunkel. Ein militärischer Forschungskomplex. Schon bald würde jemand die Leichen entdecken. Also musste ich schnell sein. Herr Schmidtner wird es nicht zum Treffen schaffen, Jungs. Richtig. 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 Achtung, ihr nichtsnutzigen Masen! Ihr sprecht General Duckel! Ein blutrünstiger Terrorist ist in diese Ansage eingedrungen! Ich mache euch dafür verantwortlich und werde jeden von euch Hirnfoten ein... ... persönlich hinrichten, wenn ihr nicht aufhaltet! General Duckel! Nein, unbefugter Zugriff. Die Türsteuerung kann nur durch autorisierte Personen oder über das automatische Notfallsystem bedient werden. Es waren der Zeit für etwas extremere Maßnahmen. Einmal war ich so besoffen, dass ich dachte, hinter meiner Augenklappe wohnen Mäuse. Ich nannte sie Fionnula, Prentice und Ridgewell. Woh, Woh, Woh! Woh, Woh! Woh, Woh! Ich weiß, dass wir hier sind. Vielleicht hatte er recht. Vielleicht war das alles seine Nummer zu hoch. Vielleicht würde Jack nie gerecht werden. Aber versuchen konnte ich es ja. Ich weiß, dass wir hier sind. Sauerstoffniveau fällt. Warnung. Sofort evakuieren. Warnung. Sofort evakuieren. Halten Sie sich an die Protokolle. Evakuieren Sie den General zuerst. Warnung. Sauerstoff auf gefährlich niedrigen Schuhen. Warnung. Evakuierung läuft. Warnung. Warnung. Sauerstoffniveau bei 80%. Warnung. Sauerstoffniveau bei 50%. Warnung. 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 Ich bin deutsch! Warnung! Sauerstoffniveau bei 30%. Warnung! Sauerstoffniveau bei 10%. Warnung! Sauerstoffniveau bei 50%. Warnung! Sauerstoffniveau bei 50%. Warnung! Sauerstoffniveau bei 10%. cascade